Hell ja, wisch du an Reaver. Kanonier! Zielen zoomen... ...und die Sichtrichtung ändern. Das ist so epic! Einfach mal ballern. Ohne die Munition. Womit da hinten? Komm schon, der Turm! Wer macht uns so viel Schaden? Boah, das ist doch Wahnsinn! Wer macht uns so viel Schaden? Scheiß Viecher. Das ist schwer die zu treffen. Man sieht die kaum. Ich sollte vielleicht ein bisschen zoomen. Was geht's? Was geht's? Wir müssen uns gesehen haben. Ich weiß nicht, ob ich noch nicht nah komme. Dann läufst du, wenn du schwimmst. Okay. Die Türme, die machen am meisten Schaden. Cool, cool, cool. Wer schießt denn jetzt hier wieder so irgendwann? Durch die Beine von dem Blumenk. Der Turm nie getroffen. Und der Türme, der sich in der Tür mit uns zu befinden. Da geht's. Nein, ich bin jetzt hier. Wir nehmen uns die Zeit. Los. Lass es landen, duer something. Los, verheim uns. Komm schon. Wenn du dich damit Lackerschüssel? Sollte gekluckt sein. Boah! Gut, dass ich so schnell reagiert habe. Ui! Jetzt hat der Vieh sogar schon einen Namen. Aber wir müssen ihn aufhalten. Sicht der Richtung kann ich auch ändern, er wird von hinten kommen. Da ist er! Boah! Böses Vieh! Wo denkst du denn? Was mache ich denn? Hallo? Hallo? Was ist denn ab? Gibt es denn? Es ist so schwer, hier alles zu treffen. So gut, heilen wir relativ schnell. Dann kommen wir von vorne. Sehr schön. Wird furchtbar gerne langsam auskommen. Geht doch. Ich treff die beim besten Willen nicht. Ich treff die nicht. Es geht unmöglich. Das war zu viel Schaden zum Schluss. Ja, Kinden zu treffen ist unmöglich. Das wackelt so sehr und die sind so klein. Komm schon, Vieh. Scheiße, wenn ich von vorne schießen kann. Geht mal nur von hinten. Ach wie. Ja, dieses Wechsel hat geht, ne? Unmöglich. Immer die Mitte, oder? Vorsicht! Scheiße, wo ist er hin? Geht mir's nicht umgestürzt! Dieses Haus auf, als einfach nicht am Schluss ist! Ich werde mir's abkühlen lassen. Okay. Trefft die nicht. Ah, ich kann auch noch ausweichen. Gut, dass mir das einer sagt. Mann, pass auf die Arquipen auf! Ich bin schon. Ja, Baby! Coltree! Pünktlich wie immer! Scheiße, das war knapp. Wir sind gleich bei euch, Anja. Delta Ende. Fuck, noch mehr Reaver! Was sind die im Walden waren, auf jeden Fall? Die halten auch nicht still. Fucking Star Wars! Mann, das ist kacke, die Fußgöpfe. Das ist so mies. Die fliegen hin und her, hin und her, hin und her. Und man soll die die ganze Zeit treffen. Da sind alte, bekannte Delta! Pass auf den Walden! Die fliegen auch jetzt hin und her. Vorsicht! Wow! Die fliegen auch jetzt hin und her, hin und her, hin und her. Direkt der nächste. Ja, klasse. Yeah! Hier sind noch mehr! Bestürzt! Du stehst mir im Weg! Boom, Baby! Ich brauche hier auch noch. Geht doch. Noch eine! Du stehst mir im Weg! Endlich! Was? Noch einer! Zwei! Oh mein Gott! Da ist irgendwas vor uns. Wir sind aber auch nie in Ruhe. Oh mein Gott! Ich możli mich, wir sind doch ein Gezaktion. Von wegen weg, wir würden noch kommen. Okay. Oh nein, ich bin der. Na? So. Komm schon, verzicht doch endlich. Geschafft. Oh Gott, jetzt haben wir ein Problem. Ich möchte die mal treffen, die Mörder. Das Ding überhitzt ja so schnell. Das gefällt mir schon besser. Jawohl. Wow, 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 wow. Und losgelassen. Okay, wieder von vorne. Doch nicht. So, ist fein. Der ist schon am Brennen. Okay. Ich habe gleich genug. Schießt ein Archive! Fuck yeah! Achtung, Delta! Formation fein! Wir sind doch nicht direkt vor uns! Das nenn ich Evakuierung! Ja, aber die Magen schießen schon alles zusammen! Wir müssen da runter! Zentrale Delta hier! Wir nähern uns dem Jacinto Oberkommando auf Reaver! Nicht schießen! Ich wiederhole, nicht schießen! Delta nähert sich eurer Position! Anja, wir sind geklafft! Feuer einstellen! Sorry, Delta! Feuer eingestellt! Ihr könnt landen! Achtung! Das war verdammt knapp! Markus, der Vorsitzende und Colonel Hoffmann sind bei mir in der Zentrale! Kommt so schnell wie möglich! Ihr habt's gehört! Vorwärts! Gut gemacht, Phoenix! Sie und ihr Trupp! Wie sieht's aus? Wir haben große Teile Jacintos evakuiert! Wir müssten aber noch Soldaten aus der Höhle herausholen! Gibt's einen Plan, Jacinto zu versenken? Fast! Wir schließen die Planung gerade ab! Als wir diese Daten bekamen, lachte ich zuerst, sie wären verrückt, Sergeant Phoenix! Das passiert mir häufiger! Aber es scheint, dass ihr Vater von Anfang an Recht hatte! Kaum zu glauben! Die Locust-Truppen sind in den Hof eingedrungen! Wir kommen! Ich komme mit! Wenn das die letzte Schlacht um Jacinto ist, werde ich nicht tatenlos zusehen! Dann los! Oh yeah! Nachspielverzweifeltes Gefecht! Vertreiben wir die Locust einfach allemal! Aufhölten!